Mit welcher Entschuldigung ist in der Köhler gegangen? Äh, keiner. Auch ne Vagina. Hm, das finde ich ne gute Entschuldigung. Sehen wir eigentlich noch? Ja. Wollen wir denn ein Squad machen? Ja. Wir kommen rüber. Okay. Nee, ich kann nur zwischen Charlie und Alpha wechseln. Ja, sowas bei mir früher auch. Ja, gut. Oh nein, ich will nicht gegenüber sein. Ich bin so ein schlechter Verlierer. Dann bin ich frustriert. Ich sollte aufhören, dauernd neue Waffen auszuprobieren. Ja. Ja. Wir sind die Sturmtruppen, Mann. Wir sind die Elite. Sollen wir Empire Dessert. Ja, immer aus Spaß an der Freude, wie wir das M416 rausholen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie zieht es mich immer mal wieder zu der Kniffte zurück. Sehen wir noch mit euren hässlichen Sniper-Gewehren rum? Ja. Sehr klar. Wow. Ich hab endlich jemanden gefunden, der schlechter schießt als ich. Das ist ja schön. Ich? Nix. Nee, hast du ein Zwilling oder was? Okay, jetzt war Dave echt schlecht geschossen. Ja. Ja. Ich schwächle jetzt auch. Ah, während ich in die andere Richtung gucke. Ja, hat er verdient. Oh, zurückgeacht siebzig. Das ist ja mal. Ah, wenn ihr Krüßiges macht, machst du das auch. Machen wir jetzt alle 8,70 Action? Ja. Slug oder Flischetti? Ich hab Slug drin. Ah, fuck. Ich hab gerade hier Bugshot. Oh. Das ist aber optimistisch. Auch gut, auch gut. Hä? Welche nehmt ihr? 8,70. Was? Noch zwei Leben? Noch zwei Leben hat die Sau. Ja, Flischetti versus Bugshot ist der Range. Gewinnt offensichtlich Bugshot. Wir haben das empirisch nachgewiesen. Okay, hier hab ich auch noch zwei gefunden. Rechts im Häusle. Ich muss auch mal lernen mit der Slug zu schießen. Spielst du eigentlich mit Visier und Krissi oder wo? Ohne. Ich spiel einfach nur auf Vernichtung. Ich bin aber so ein richtig schöner Pumpenfreund. Es ist sehr befriedigend, so eine 8,70 nachzuladen. Das ist immer so. Das ist echt schön. Oh Gott, ey. Die Deppen sind ja so doof, ey. Die holst du dir weg wie Flöhe. Wie oft holst du dir Flöhe weg? Ich treffe nichts. Ich hatte eine Zeit, da war ich richtig gut mit der 8,70. Und dann habe ich es aufgehört. Aufgehört. Ja, Alter. Ich dachte du bist vielleicht Bär und dann musst du ja alle Kärtchen hier ziehen. Alle Hilfsmittelchen. Da ist auch mal der G18 erlaubt. Oh Gott. Das war so schlecht, Xelly. Das hättest du sein können. Oder ich. Au! 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 Oh, mit der MK11. Was? Wir werden nie in ein Squad kommen, denn was? Das ist ja ätzend. Mann, oh. Ich mag nicht gegen euch spielen. Ich bin noch tauschen. Ich bin zu sehr auf Freundschaft getrimmt. Ja komm, ich bin tot. Ich bin du in das Squad. Ich mach alleine. Ach. Sehr toll, letztes Squadmitglied. Was macht ihr? Du bist du hier an dem Hang? Bist du hier an dem Hang? Ja komm. Ja komm. Wir stehen aneinander vorbei. Find ich gut. Das war's nicht nur. Ich bin da, Xelly. Gott sei Dank. Hi. Hi. Wo war der? Unten. Nein. Keiner? 78? Was denn das? Ja, ich muss erstmal Kills machen. Was denn das? Habt ihr Xelly? Warum seid ihr jetzt eigentlich um... Achso, okay. Achso. Er war sozial. Er wusste, dass ich eine zarte Seele bin. Nee, die Kämpfer ist mein Schläfer. Der verrät euch jetzt gleich auch. Das hab ich schon mal gemacht. Da war ich irgendwie anders im Team. Und Bär hab ich dann sozusagen durchgegeben. Äh, wer wo ist. Oh shit. Wow. Wow. Ahhhh. Den hab ich gesehen. Ring, 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 ring. Schock an vorne. M416. Ist ja gut. Du ist doch ein Xelly, der Führer. Hast du da alle drei da drin weggemacht? Nee, sicher nicht. Äh, Durchgang Richtung Aufsammelgranatwerfer. Ich lebe ja jetzt Beschreibung. Wie sind wir so detailliert? Naja, da ist ein Aufsammel... Was? Man weiß doch, wo der Aufsammelgranatwerfer liegt. Nein. Hä? Da an dieser Glas-Dreieck-Wand. Oh Gott. Also ich nehm erstmal den Granatwerfer. Ah fuck. Und dann... Ah. Der Meister Weed aus deinem... Letzter Mann im Squat. Alex, ehrlich. Ui, da sind noch einen rum. Fump, Fump. Will Kevin raus? Oh, hinter uns schreit jemand nach erster Hilfe. Oh. Fump, Fump. Fump, Fump. Oh, das ist so gefriedigend, dieses Geräusch. Wie viel Schuss hat der? Sechs. Wir haben jetzt... Vier verschossen. Lagen wir doch mal den Revolver nach. Xady, was ist los? 8,70? Oder wat? Ne. Äh. Gibt nichts. Ja, ich bin auch eher... Metro, Flechetti, 8,70. Mensch. Das ist die beste Kombo die gibt. Shit. Mit der Aufsammelknifft hat er auch. Zurück geschossen. Frechheit. Ich kann doch die Philips U-Sync anmachen. Oh, Xady kriegt auch's Maul. Oh Gott, wo bin ich jetzt gespawnt? Oh Gott, oh Gott. Oh, Banana. So schlecht geschossen. Last man in the squad. Um Gottes Willen. No pressure. Ach du. Wo rennst denn rum, Kevin? Äh. Baustelle. Die ganze Map ist ne Baustelle. Ne. Wer hat gesagt, das nennt der Baustelle das Haus? Ich hab's drei Stock Haus genannt, weil es als einziges drei Stockwerke hat. Dann hab ich Mittelhaus gesagt, weil es das einzige in der Mitte ist. Und das andere war dann das linke Haus. Nein, deine Beschreibungen sind einfach komplett behindert. Alter, eins hat... Es gibt nur ein Haus mit drei Stockwerken. Das ist so eindeutig. So eindeutig. SKS-Heini hier ums Eck. Frechheit. Warte mal, wenn ich da dein Buddy aus dem Squad, bist du dann da auch in der Nähe? Reverse Psychology. Geht aus geradezu. Hast du es geschafft? Da ist einer mit ne Panzerfaust. Das ist einer mit ne Panzerfaust. Was für ein Schmuck. Hat er die auch? Ja. Wollte nicht grad aufreden. Wie lebt der noch? Ich hab aber wiederum alles zerfetzt. Diese Oozers ey. So krass, dass die mal ne einfache Waffe im Spiel war. Und die hat so, jetzt ist ne Aufsammelwaffe. Oh Gott, sie haben uns komplett umrundet. Oh. Die haben uns eingekreist. Zeit. Oh wie schlecht. Guck mal, hier außen lang. Wo ist denn außen? Nicht da zur Baustelle. Ja, der Granate ist wieder da. Granate, Granate. P90. Nun, das ist eine Waffe, die ich lange nicht mehr gesehen hab. Die hab ich auch früher gern gespielt. Ah, das war ne PDW, wa? Die konntest du nur als Angie nehmen. Das find ich auch merkwürdig, dass niemand mehr PDWs nehmen darf. Oh, die Ämter war eigentlich ganz geil. Ich hab gar Bock auf die Ämter. Oh Mann, ich treff auch nix. Au. Wo schlägst du rein? Auf dem Hügel war er. Ah, der Hügel. Jetzt. Tu mal nicht so, als ob. Wie viele Hügel gibt's denn auf dieser Kack Map? 100. Oh. Mit dem letzten Schuss. Im Magazin. Da, das ist der Hügel. Du bist vor dem Hügel gestorben. Du bist vor dem Hügel gestorben, weil das ist ein Hügel. Oh. Jemand hat den Granatwerfer gefunden. Die Ämter macht schon echt Bock, ey. Sie ist so prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-tot. Und die Musik hat wieder angefangen. Oh, Banana. Es sei er. Gute Waffe. Dreierhaus. Ist die Baustelle? Nichts Dreierhaus. Nee, der will ja nicht mehr, dass ich Baustelle nenne. Anscheinend hat er es jetzt anders benannt. Nachdem ich mich ihm angepasst hab. Das hab ich glaube ich nur auf Videobeweis, wie er mich zwingt, das nicht Dreierhaus zu nennen, sondern Baustelle. Weil das viel eindeutiger sei. Hm. Was macht die denn an dir drin? Granate! Glaube ich hör dir trapsen. Das können alle verraten können. Hä? Die Granate wurde von unten hochgeschmissen. Ja, das war meine Granate, wo du gesagt hast, Granate. Alles klar. Achso. Da ist jemand. Hä, die Soldaten schreien doch auch. Ach, du hast ja eh mal Mucke. Das verstehe ich auch nicht. Niemand stirbt hier, wenn ich da bin. Das ist schön. Von hinten kommt Nummer zwei. Die kam aber schön schnell ums Eck dann. Da kann ich nicht mehr. Wir dürfen jetzt gegen Alpha nicht noch mal verlieren. Ja, es sind ja auch noch genug ab. Nehmen wir halt die F2000 mit. So. Ich sammle nicht nochmal die Usas auf. Ah, ich hab nachgeladen. Oh, man in einem Haus ist einer. Das ist viel genauer. Mittelhaus, Rechtshaus, Linkshaus. Auf dem Hauptplatz sind zwei Leute. Einer klettert die Leiter hoch zum Kran. Das war optimistisch. Hä? Warte mal, kann man da hoch? Oh. Hm. Richtung Mittelhaus schreit einer. Ja. Auf dem Baustellenhaus sitzt ein Sniper. Hab ihn. Mittelhaus ist einer. Shit. Mittelhaus unten. P90. Easy, ha? Ja, aber jetzt ohne Kevin, oder? Das zählt jetzt noch nicht. Ich möchte doch nur meine Cornflakes und meine Serie. Nix da. Ja, sehe ich auch so. Drei Stunden. Alter Verwalter. Oh. Ich glaube, dieser Server, wir haben ihn getötet. Nö. Dann ist da noch einer da, der aus dem Ohl will. Hey Dave, komm mal schnell rüber in unser Squad. Jetzt ist frei. Oh. Oh. Ähm. Suchen wir uns neun. Hier brauchen wir nicht bleiben, oder? Klingt sehr logisch. Ja. Gucken wir mal. Okay, jetzt kommt Dave zurück. Alleine auf diesem Server. Hey. Guys. Was ist denn auf dem 187er Server los? Elf von 16. Hardcore, no rules. Rein. Rein. Rein in die gute Stube. Wo? Seid ihr alle raus? Ja. Ja. Es ist QDM auf dem 187er. Oh. Geht da was? Also zumindest waren gerade elf von 15, also würden wir alle rauf. Ne, warte mal. Kann ich rechnen? Ja, elf. Vier. Drei. Zwei hin. Einer im Sinn. Ähm. Ja, no. Es regnet nicht bei uns, aber so richtig. Ich hör's. Holy shit. Was ist da denn los? Ja, gute Frage. Einerseits sind wir ganz gut mit den Admins hier. Kevin verhandelt. Hm. Andererseits 41 ist wahrscheinlich eh gleich dann gerutscht, der Drops. Wahrscheinlich ist danach dann eh wieder Leute, die dann switchen und dann sind wir alle wieder glücklich übersammeln. Ich hab wieder Bock auf die M416, die war halt hier so lange nicht mehr irgendwie. Der Drops ist hier noch nicht gelutscht. Also ich meine nur, dass tendenziell es nicht mehr zu lange dauern wird. Das klingt, als wenn deine Wasserkühlung extrem undnicht ist. Du hättest gerade rausgejagt. Ja. Turbowasserkühlung. Die kühlt alle Komponenten, obwohl es in der AIO ist. Ja, auch das Haus. Komplett. Auch immer dieses Sniper, ey. Geil. Stellt er sich auf meine Leiche. Nicht einer der Einzige hat was gesagt. Frechheit. Ah, die kennen ja auch noch nicht den Namen. Kann ja niemand sein. Schau mal, ob Mr. Swamp gleich kommt. Oh stimmt, die gab's ja auch mal. Ja, eine heiße Feger. Die Messerdame. Du findest übrigens Fotos von ihr. Ist ebenso. Ja. Lohnt das? Nein. Die haben irgendwie einen Clan oder so. Über die Clan-Page findest du an Fotos. Ja, du musst einfach nur ihren Nickname suchen. Ja. Ihr klingt nicht so begeistert. Nein. Das ist halt schon Typsache, ne? Ja, Stell von Partybär als Frau. Ich muss zugeben, Partybär sieht eigentlich schon ganz schnuckelig aus. Ja. Ja, aber sie hat auch nen Brat. Shit, da ist ne Claymore. Geschneibt ey. Lass mal zusammen bleiben. Schön im Kreis rumrennen. Ah stimmt, wir können ja hier Uhrzeigersimmer. Ja. Komm zu mir und dann... Komm zu mir und dann... Ja, komm zu mir und dann mach mal Uhrzeigersimmer. Ja, komm zu mir und dann mach mal Uhrzeigersinn. So, SHR. Ich bin beim Pierre. Ja, da bist du. Ich komm zu dir. Oh, die haben Becken hier stehen. Banane. Ich geh hoch zu den... Oben zu den Häusern. Ja, warte doch! Hey, da bin ich bei den Häusern. Ja. Das bist du gar nicht, wo ich hinlauf, oder? Ich krieg halt keinen Namen angezeigt. Krass, da ganz hinten ist eh, ne. Huh? Wo ist da der Kevin? Frechheit! Wo hast du dich denn angeschlichen? Ja. Ja, ich komm hoch. Ja, sei ja, dann 20. Stimmt ja. Lass mal... Achso, ich wollt grad sagen, lass mal einen Squad aufmachen einfach, aber... Geht ja nicht. Falsches Spiel. Bist du in dem Haus da drin? Ja. Ja. Ah ja, jetzt seh ich dich. Hä? Bulldozer liegt irgendwie noch hinten außerhalb der Map, Alter. Da hab grad mein ganzes Squad an dem Spawn-Belken weggemacht. Ja, willst du hier oben bleiben, oder? Lauf mal weiter. Irgendwas ist hier noch. Na, der Bulldozer liegt ganz hinten. Wo bist du denn? Ja, tot. Der läuft jetzt hoch. Der hat mich unterm Haus erschossen. Zwei Stück. Egal. Ich hab das mal beendet. Boah, ich mag die SRR nicht. Wie schieß ich mit so langsam? Ah, ich schieß gerade. Ja, also... Ultra. Aber das L86 mit nem Schalli drauf schießt fast genauso gerade, aber halt angenehmer. Also mit mir. Alter. Wieso hat der 2.000 Punkte? Der hat 3.000. Moment mal. 4.000. Wie wurde der hier? Aber schlimmer. Wie kann der eine 35 und 20 Kills haben und das ganze Squad hat nur 37 Kills? What? Vielleicht gewechselt. Ah. Dave, wann stehst du eigentlich dazu, dass du zu uns gehörst? Das fragst du mich jedes Mal wieder. Ja? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es unterbrochen euch muss. Ich will beendetひ another pick. Ich weiß nicht. Was ist das so, gut ans Cen zu. Das sind so verrückt, klein.